Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video möchte ich mal einen Begriff klären, und zwar den Begriff Disagio bzw. Damnum. Das ist nämlich beides genau das gleiche, Disagio gleich Damnum. Nur was ist das? Es ist ein Abgeld oder ein Abschlag, könnte man auch sagen, Beispiel. Nehmen wir mal an, eine Bank gibt einen Kredit aus, hier ist T0, also heute, hier ist Tn, also ein Zeitpunkt in der Zukunft. Dieser Kredit geht über 100.000 Euro, das heißt im Laufe der Jahre müssen insgesamt 100.000 Euro zurückgezahlt werden, und die Bank macht auch den Kreditvertrag über 100.000 Euro, zahlt aber in T0 nur 98.000 Euro aus. Zurückgezahlt werden müssen über die Jahre hier 100.000 Euro plus Zinsen. Dann ist der Unterschied hier 2.000 Euro. Und diese 2.000 Euro ist das Disagio, das Abgelt, in dem Fall ein vorweg vereinnahmter Zins. Ein wegvereinnahmter Zins, das heißt die Bank nutzt die Gelegenheit, dass hier quasi 100.000 Euro auf dem Tisch liegen und ehe sie sie rüberschiebt, behält die Bank 2.000 Euro ein, das heißt von den 100.000 Euro gehen 98.000 an den Schuldner und 2.000 Euro kassiert die Bank gleich mal wieder ein als Abgeld, das ist das Disagio. Okay, das war's schon wieder. Schauen Sie unter spaßlerndenk.de für meine Seminare, unter spaßlerndenk-shop.de für meine Lernhilfen. Mein Name ist Marius Ebert, Dankeschön. Das war's schon wieder.